Gut, er hat immer die 160 Aperbremse, hier Down, Flaps Forty. Flaps Forty. Gut, der Switch ist continuous. Voila! Speedbrake Arme. Landing Gear Boundary Grins, Speedbrake Arme, Recall, OK. Flaps Forty. Kann Rhythmisch EF da. Jetzt kannst du einen auf 150 Aperbremse. Flaps Forty. Flaps Forty. Flaps Forty. Flaps Forty. Jetzt ist er schön eingehandelt, siehst du dort. Flaps Forty. 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 Ich schaue die Stühle, ja? 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 Soll ich da für die andere Hände? Ja! Ich bitte, ja? 500 Ja, nicht steil 400 Steil Nimm mich so Ich hab jetzt nicht mehr in die Straße Ja, so Approaching Minimums Wenn wir in die Schuhe bleiben, jetzt kannst du in die Mitte Minimum 200 Nein, ich hab nicht mehr gesehen 1 100 50 40 30 20 10 10 10 10 10 10 Ah! Ah! Lass mich nicht so 10 10 10 10 11 10 11 10 11 11 12 11 Dann machen wir da auf die Lending Checks. Transponder stand by on the ground.